Meine Damen und Herren, schön, dass Sie heute unserer Einladung gefolgt sind. Wir wollten Sie auf dem Laufenden halten über den Stand der Verhandlungen. Es schossen ja am Wochenende einige wilde Spekulationskraut, die wir beide uns angeguckt haben und gesagt haben, wer immer da Quelle war, mit der Realität wenig zu tun. Deshalb können wir Ihnen heute mitteilen, dass wir mit den Verhandlungen gut vorangekommen sind und morgen auch abschließen können. Soweit sind wir inzwischen. Und deshalb würde ich Ihnen ganz gerne über den Luptus dieses Koalitionsvertrages, würden wir Ihnen beide heute gerne noch mal ein bisschen was erläutern, weil ich glaube, es ist wichtig, noch mal darzustellen, in welche Richtung geht diese Koalition. Was ist Ziel, was ist Zweck, was wollen wir erreichen? Für uns ist wichtig, Grüne und SPD investieren in die Zukunft Nordrhein-Westfalens, Kinder, Kommunen und Umwelt. Das sind unsere großen Themen. Wir machen Schluss mit dem Verzagten weiter so, ohne klare politische Perspektive für unser Nordrhein-Westfalen. SPD und Grüne setzen klare Zeichen für neue Perspektiven für unser Land. Dazu gehört der Mut, zu klagen Zukunftssignalen. Wir haben diesen Mut. Über eine Milliarde Euro werden wir mehr investieren für unsere Kinder und für unsere notleidenden Kommunen. Wir werden daneben weiterhin riesige Summen für die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise ausgeben müssen. Allein die Rettung der West-LB, das ist Ihnen bekannt, für das Land insgesamt Milliarden kosten. Weit mehr, als die noch geschäftsführend im Amt befindliche Landesregierung bisher zugeben wollte. Da waren die Bayern ehrlich gesagt ehrlicher. Die haben bereits knapp 10 Milliarden Euro für die Rettung ihrer Landesbank über neue Schulden bezahlen müssen. Für die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise und die Milliardenfehler der Banken Schulden machen zu müssen ist bitter, aber es ist notwendig und unvermeidbar. Aber wenn diese Zahlungen notwendig sind, weil Banken systemrelevant sind, dann sind Investitionen in Bildung, in unsere Kinder ebenso recht und erst recht notwendig und auch systemrelevant. Auch wenn dafür leider angesichts der sehr schwierigen Haushaltslage zusätzliche Schulden unvermeidbar sind. Diese Entscheidung haben wir gemeinsam getroffen. Unsere Kinder sind unsere Zukunft und Zukunft kann nicht lange warten und nicht länger warten. Wir müssen jetzt handeln. Sonst wird Nordrhein-Westfalen nicht keine gute Zukunft haben. Und wir, Grüne und SPD, setzen hier klare politische Schwerpunkte für die nächsten Jahre. Deshalb investieren wir alleine in diesem und im nächsten Jahr insgesamt eine halbe Milliarde Euro in die Zukunft unserer Kinder. Für den beitragsfreien Kindergarten, das lebenslange gemeinsame Lernen, nicht das längere gemeinsame Lernen, lebenslange nicht, aber das längere gemeinsame Lernen und die Abschaffung der Studiengebühr. SPD und Grüne investieren in mehr Bildung und die Förderung für die Kleinen in den Kitas und das machen wir an drei Punkten fest. Erstens schaffen wir mehr Kita-Plätze, zweitens verbessern wir die Qualität bei der frühkindlichen Förderung und drittens gehört auch die schrittweise Abschaffung der Gebühren der Elternbeiträge dazu. Wir fangen Mitte 2011 mit dem letzten Kindergartenjahr an. Das ist der Start für mehr Chancengleichheit und bessere frühkindliche Bildung in Nordrhein-Westfalen. Und wir machen deutlich, Nordrhein-Westfalen ist auf diesem Zukunftsfeld auf dem Vormarsch. Zweitens, SPD und Grüne halten Wort und schaffen die Studiengebühren wieder ab. Zum Wintersemester 2011-2012 werden SPD und Grüne die Studiengebühren wieder auf Null setzen. Schneller geht es nicht, weil wir erst das Gesetz beschließen müssen und dann das Geld für die Hochschulen ab dem Haushalt 2011 sichern müssen. Denn auch dabei gilt, dass wir das umsetzen, was wir zugesagt haben, nämlich dass die Hochschulen keinen finanziellen Schaden durch die Abschaffung der Studiengebühren haben. Sie erhalten das Geld vom Land, um es gezielt in die Verbesserung der Lehre an unseren Universitäten und Fachhochschulen einzusetzen. Für mehr Tutorien, bessere Bibliothekszeiten, mehr Bücher, bessere Studienbedingungen. Drittens, in den Städten und Gemeinden entscheidet sich der soziale Zusammenhalt in unserem Land. Dort entscheidet sich auch, ob Integration gelingt. Diese für unsere Gesellschaft entscheidenden Ziele werden inzwischen durch die Finanzierung der Kommunen immer weiter gefährdet. Hier hat der Städtetag in den vergangenen Wochen noch einmal massiv Alarm geschlagen und angekündigt, die Kommunen plagen bundesweit ein Schocksparkopper. SPD und Grüne drängen seit Jahren darauf, die NRW-Kommunen in Haushaltsnotlagen nicht im Stich zu lassen, sondern ihnen gezielt zu helfen, indem man sie von den Altschulden entlastet, um sie wieder handlungsfähig und Investitionen wieder möglich zu machen. Die geschäftsführende Landesregierung hat das dramatisch wachsende Problem der Haushaltsnotlagen lange ignoriert. Wir packen zusammen mit den Kommunen diese Herausforderungen an. In einem ersten Schritt werden wir daher den Kommunen ihren Anteil an der Grunderwerbsteuer zurückgeben und sie damit wieder direkt an den Landessteuern beteiligen. Gleichzeitig werden wir die Politik der geschäftsführenden Landesregierung beenden, den Kommunen zur Konsolidierung des Landeshaushalts vom GFG, vom Gemeindefinanzierungsgesetz, zu viel abzuziehen. Beide Maßnahmen bedeuten für unsere Kommunen ein Plus von etwa 300 Millionen Euro. Darüber hinaus werden wir noch in diesem Jahr einen Entschuldungsfonds von 350 Millionen Euro für die Städte und Gemeinden mit den großen strukturellen Haushaltsproblemen auf dem GFG bringen. Bei uns können sich die Kommunen darauf verlassen, Stadt und Land, Hand in Hand. Wir wissen, nur starke Städte, Gemeinde und auch Kreise können für ihre Einwohnerinnen und Einwohner Lebensqualität und Sicherheit gewährleisten. Und wir wollen die Strukturen vor Ort nur umstellen, damit eine aktive, eine vorbeugende Sozialpolitik betrieben werden kann, die sicherstellt, dass wir kein Kind mehr zurücklassen. Wir werden deshalb gezielt vor Ort Vorsorge stärken, Kinder und Familien so früh wie möglich Unterstützung anbieten, um Fehlentwicklungen zu korrigieren und zu verhindern, dass uns Kinder, Jugendliche und auch Familien verloren gehen. Ich bin fest davon überzeugt, wir sind fest davon überzeugt, dass eine solche gezielte Investition dazu sorgen wird, dass wir mittelfristig viel Geld im Bereich der Nachsorge, im Bereich der sozialen Kosten sparen können werden. Viertens, aber auch Investitionen in Umwelt, erneuerbare Energien und den Klimaschutz sind Investitionen, die wir brauchen, sind auch Investitionen für unsere Kinder. Wir müssen die Schöpfung für die nachfolgenden Generationen bewahren. Das ist eine große Aufgabe. Dieser Verpflichtung einer nachhaltigen Umweltpolitik werden wir mit der neuen Landesregierung nachkommen. Das sind die Inhalte, für die wir gemeinsam das Vertrauen der Menschen in Nordrhein-Westfalen erhalten haben. Wir werden diese Inhalte konsequent umsetzen. Darauf haben die Menschen zu Recht einen Anspruch, denn sie wissen, dass dieser Politikwechsel zum Besten für Nordrhein-Westfalen ist. Das ist Ziel und Inhalt und Richtung unseres Koalitionsvertrages. Und Silvia Lörmann wird dann noch den Teil Gildung, weil er ja so eine besondere Bedeutung hat, noch etwas detailliert ausführen. Auch bei mir natürlich ein herzliches Willkommen. Ich hätte jetzt schon wieder fast gesagt, Glück auf, dass Sie Interesse haben am Fortgang unserer Gespräche. Auch ich kann sagen, dass wir wirklich sehr intensiv und Redaktionsgruppen und feindlich auch am Wochenende weitergearbeitet worden sind. Und wir eben heute und morgen dann zu den Ergebnissen kommen werden, um unseren Parteigremien, aber auch der Öffentlichkeit, dann einen Gesamtprozessvertrag vorlegen zu können. Und an den Ausführungen von Anne-Lore Kraft ist schon deutlich geworden, was uns, glaube ich, wirklich von der jetzigen noch amtierenden, geschäftsführenden Minderheitsregierung unterscheidet. Dass wir die Dinge zusammendenken und wirklich versuchen, aus allen Dingen Lösungen zu entwickeln. Und nicht die Dinge nebeneinander stellen und in Einzelkäckchen abarbeiten, sondern systematisch angehen wollen. Und ein Ziel dabei ist, dass wir Potenziale, die in Nordrhein-Westfalen stecken, ob das in Arbeitsplatzpotenzialen ist im Bereich des Klimaschutzes und der Energiepolitik, ob das die Potenziale der Kinder und Jugendlichen sind, die wir insgesamt heben wollen und ausschöpfen wollen, ob das die Möglichkeiten unserer Kommunen sind, die im Moment so eingeschränkt sind, dass sie nicht handlungsfähig sind und dass die Daseinsvorsorge vor Ort gefährdet ist und man von der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Grunde nicht mehr sprechen kann. Das sind Punkte, die wir ganz gezielt und ganz systematisch angehen wollen und das schlägt sich dann natürlich auch in der finanzpolitischen Aufstellung nieder. Also Potenziale erschließen, bessere Chancen geben und gebären und dabei auch neue Wege gehen, um den Politikwechsel einzuleiten, den wir versprochen haben. Ein Themenbereich und ein Themenfeld, was ja im Wahlkampf auch eine große Rolle gespielt hat, ist der Bereich der Schulpolitik. Auch dazu haben wir, wie ich finde, ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Wir haben zum einen festgelegt, dass die Demografie-Effekte, die in den nächsten Jahren eintreten werden, ich will immer nicht von Gewinnen sprechen, weil es ja eigentlich Verluste sind, aber die demografischen Effekte, die im Schulbereich entstehen, aufgrund zurückgehender Schülerzahlen, die bleiben komplett im System. Das heißt, alle frei werdenden Stellenpotenziale werden wir nutzen zum gelingenden Umbau unseres Schulsystems, zum Aufbau des Ganztags, zur Weiterentwicklung der offenen Ganztagsgrundschule und auch dahingehend, dass Schule umgebaut wird, hin zu ergänzenden multiprofessionellen Teams, die in Schulen heute zunehmend eine Rolle spielen, um ganzheitlich auf die Kinder zu schauen. Das werden Schulpsychologen sein, das werden Sonderpädagogen sein, das werden Erzieherinnen und Erzieher sein, das ist eben ein anderes Verständnis von Schule. Wir werden weiterhin den Einstieg anpacken, hin zu längerem gemeinsamen Lernen. Das werden wir aber so tun, dass wir zunächst auch noch einmal den Versuch starten werden, ob es auch in Nordrhein-Westfalen gelingt, einen parteiübergreifenden Konsens zu finden. Das werden wir ausdrücklich vorschalten, ehe wir gesetzgeberisch tätig werden, indem wir CDU, FDP und Linkspartei, aber auch andere wichtige gesellschaftliche Gruppen einladen, zu einer Konsensrunde, um die Weiterentwicklung unseres Schulsystems weg von der starken Zergliederung hin zu längerem gemeinsamen Lernen auch gemeinsam auf den Weg bekommen wollen. Ich habe mit großem Interesse vermerkt, als SPD und CDU miteinander gesprochen haben, dass auch Herr Rüttgers den Begriff Schulfrieden in den Mund genommen hat und gesagt hat, man müsse einen Zehnjahresprozess anlegen und sich auf Gemeinsamkeiten verständigen. Da werden wir ihn, respektive seine Nachfolger, beim Wort nehmen, weil es ja von verschiedenen Verbänden immer wieder den Ansatz gegeben hatte, wir müssen hier gemeinsam an einem Strang ziehen, die Schulpolitik muss möglichst aus dem parteipolitischen Gezänk herausgehalten werden. Darüber hinaus, das wissen Sie ja, gibt es in vielen Kommunen schon jetzt Wünsche zu längerem Gemeinsamlernen, zur Einrichtung von Gemeinschaftsschulen. Diese Modelle sind bisher gestoppt worden vom Duo Rüttgers Sommer Wienerns und diese Modellvorhaben können sofort starten. Darum sollen wir CDU-geführten Gemeinden verwehren, eine gute Schule, eine weiterführende, qualifizierte Schule im Dorf zu lassen und sie vor Ort für ihre Kinder und die Eltern vorzuhalten. Das wollen wir also sofort anpacken. Das beruht immer auf großen Konsensen vor Ort. Darüber hinaus werden wir dann einen Prozess einleiten, hoffentlich gemeinsam mit vielen Akteuren hin zu längerem Gemeinsamlernen, indem wir unter landespolitischer Steuerung, aber mit erweiterten kommunalen Handlungsmöglichkeiten, den Kommunen einräumen, Bildungsgänge zusammenzuführen, unter einem Dach anzulegen und in diesen Gemeinschaftsschulen lernen dann die Kinder in Klassen 5 und 6 gemeinsam. Und danach entscheidet die Schule, die Kommune und die Schulkonferenz, wie es danach weitergeht. Ob sozusagen Bildungsstränge abgebildet werden, wie wir das heute haben, Hauptschulbildungsgang, Realschulbildungsgang oder Gymnasialbildungsgang. Weil unser Ziel ausdrücklich ist, mehr gymnasiale Bildung in unseren Schulen möglich zu machen, weil das das ist, was die Eltern wollen. Diesen Prozess wollen wir unterstützen durch gezielte Fortbildungen der Kollegien, die sich auf diesem Weg machen. Und wir gehen davon aus, dass Neugründung und Zusammenführung von Schulen, die wir jetzt schon haben, vor Ort entschieden werden und auch vor Ort in großem Konsens entschieden werden. Diesen Prozess, da gehen wir davon aus, weil wir damit langsam anfangen, weil wir die Gesellschaft mitnehmen wollen, die Politik mitnehmen wollen, dass wir bis zum Ende der Legislaturperiode 30% unserer Schulen der Sekundarstufe 1 zu Gemeinschaftsschulen zusammenführen. Das heißt, wir zwingen da niemanden, weil wir überzeugt sind, dass das Konzept überzeugend ist und hoffen auf einen sehr produktiven und gut angelegten Prozess. Das Thema Ganztag habe ich schon angesprochen. Der Ganztag im Bereich der Grundschulen wird erweitert. Wir wollen die Budgets der offenen Ganztagsschule anheben, weil da ganz lange keine Steigerungen mehr erfolgt sind. Und wir wollen natürlich auch im Bereich der Sekundarstufe 1 den Ganztag ausbauen. Zum Thema Schulzeitverkürzung, das ist ja auch ein Dauerbrenner gewesen im Wahlkampf aufgrund der überhasteten Reformen. Wollen wir den Gymnasien die Möglichkeit einräumen, sich zu entscheiden, wollen sie zurück zum neunjährigen Bildungsgang oder wollen sie am G8-Bildungsgang festhalten. Diese Möglichkeit räumen wir den Gymnasien ausdrücklich ein und wir wollen, dass die Eltern und die Schulkonferenz darüber dann entscheidet. Das zwingen wir niemandem auf, sondern wir stellen es den Schulen in Aussicht. Es ist in dem, über das Wochenende, ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht warum und woher diese Information kam, in den Raum gestellt worden, als solle es Arbeitszeitbelastung für die Lehrerinnen und Lehrer geben. Im Schulkapitel steht davon nichts. Das wusste ich aus eigener ganz konkreten Anschauen und Mitgestaltung. Es steht dazu auch weder irgendetwas im Kapitel Innen, Dienstleistungsreform oder so etwas und es steht auch nichts darüber im Kapitel Finanzen. Deswegen wundert mich sehr, wer da, wem auch immer, da ein Wären aufgebunden hat. Also da gibt es keine Planungen. Was wir allerdings tun, und dazu sind wir von den Lehrerverbänden ausdrücklich aufgefordert, dass wir ein gerechtes Arbeitszeitmodell für Lehrerinnen und Lehrer schaffen, indem wir etwa die Tätigkeiten, die heute zu gutem Lehrer-Dasein dazugehören, nämlich intensive Elternarbeit. Was ist denn mit der Ganztagspräsenz von Lehrerinnen und Lehrern? Dazu werden wir ja auch immer wieder aufgefordert, dass man das alles nochmal systematisch angucken muss. Das werden wir tun, aber es ist mitnichten unser Ziel, den Lehrerinnen und Lehrern mehr Arbeit aufzudrücken. Also ein wichtiger Baustein des Koalitionsvertrages der Komplex Schule. Wir haben in dem Arbeitsfeld, aber auch in allem anderen, das will ich nochmal ausdrücklich sagen, wir haben die ganze Zeit geguckt, was ist richtig, was wollen wir anlegen und in den Arbeitsgruppen ist dann überlegt worden, was ist die beste Lösung. Es hieß nicht, da habt ihr das vorgeschlagen und da haben wir das vorgeschlagen und jetzt setzt ihr euch hier durch und wir da, sondern man hat immer auch bei den Formulierungen geguckt, was ist gut, was bietet sich an, was wird dann letztlich festgehalten. Insofern habe ich diesen Prozess der Erarbeitung unseres Koalitionsvertrages wirklich als sehr partnerschaftlich empfunden, als sehr teamorientiert, als ringend um den besten Weg und nicht darum, ob jetzt der eine oder der andere sich gegenseitig über den Tisch zieht oder da mehr durchsetzt. Es ging um NRW und es geht um Nordrhein-Westfalen und deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir morgen gut abschließen, dass unsere Parteien dieses Ergebnis auch gut tragen werden und dann hoffen wir, dass wir es im Parlament und in der Regierung hinterher auch gut umsetzen können. Schönen Dank.